hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger heute mit dabei der robert erst macht und wir zeigen euch jetzt mal welches grandioses spiel wir spielen werden tada mount your friends lieber nicht so play online play online creative game die dummer auf find a game vielleicht geht dazu schon pro noob ja ich sehe dich ja komm rein so und drückt jetzt gleich aber wenn du fertig bist ich erkläre kurz die regeln die regeln ihr habt ja gerade schon die nackten düben gesehen die steuert man indem die hände ich weiß nicht a b xy irgendwas hier von dem von dem controller davon dass das natürlich hin irgendwie ja ich habe mein controller übrigens beschriftet damit mir der oberte nicht klaut mit den jeder jeder arm jede hand und jeder fuß hat einen buchstaben und in der mitte ist eine ziege und diese ziege muss man besteigen so wer sich so wer sich so ach du scheiße siehst du fängst jetzt an okay und du musst jetzt genau da siehst du x und a sind die arme und y und b sind die beine und du musst diese ziege besteigen und du musst über den strich kommen und hast dafür eine minute zeit alter finne und da wo die buchstaben fest es ist super simpel gibt es im shop zu kaufen ich bin jetzt gerade übrigens extrem blau im gesicht wegen dem wegen dem licht wie soll ich denn über die linie kommen alter du musst jetzt mit y und oben die ziege ja oder so und jetzt lösen du kannst auf start drücken dann bist du schon schon fertig ach so start ja genau jetzt bin ich dran okay und dann jetzt muss ich auch über ihn strich ach so wir müssen uns immer toppen oder was ja müssen anderen da hochklettern sozusagen krieg ich irgendwie dann nimmst du mal deinen schwengel aus meinem gesicht ich muss ja richtig so okay jetzt bist du dran und du musst jetzt auch wieder über den strich kommen komm hopp und du hast aber einen tanga an ja wie du nicht ich bin momentan so blau weil das spiel halt im hintergrund so blau ist weil der fernseher halt direkt vor meiner nase ist ja ja von wegen du bist wirklich blau so jetzt jetzt ist dein x genau x ist fest und y b x a alle sind fest jetzt ab 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 ist denn das weiß schon aber wenn du da nein ich weiß nee das ist ja langweilig übrigens ein kleiner tipp ein bisschen weiter links rüber ein bisschen weiter links rüber hilft dir nachher warum weil das näher auf deiner seite ist ja dann nimm mal ein fuß hier runter junge schwing dein ding ich würde start drücken du hast noch fünf sekunden schade dass der dödel nicht noch einen knopf hat boah aber du hast den bogen raus alter den schwengel da richtig schön hin kannst du friesen scheiße ja kann ich jetzt beeilung 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 das geilste ist guck mal die zwinkern sogar noch im auge wie geil ist das spiel kostet also wie gesagt wenn ihr spiel suchte microsoft microsoft shop es kostet 80 microsoft points und ihr müsst dafür auf spiele gehen spiele durchsuchen und dann oben kategorie indie games eingeben und dort findet ihr mount your friends dieses glorreiche spiel ja ist gut ja jetzt kommen nein 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 bam jetzt kommt dr schoko im roten tanga geil erst mal ein spagat alter du darfst dem nicht auf den tanga gucken da wirst du hypnotisiert du kannst übrigens fallen habe ich gerade festgestellt scheiße wie ich kann fallen fuck wie bekloppt ist das spiel du besteigst deine ziegel also es ist auf jeden fall für eine party gut wenn du mal eine LAN party oder irgendwas machst du kannst ja mit mehreren spielen glaube ich ne ich weiß nicht ich glaube zu zweit nur nur zu zweit und das wäre ja langweilig boah alter ja warte ich muss mir noch ein bisschen hier 13 sekunden 13 da kannst du schön kannst du dich jetzt am langen Lachs festhalten alter jetzt guck mal die haben sogar einen Namen hoch damit so und es ist simpel ja ab ja oh beinah hoch hoch hopp hopp ja da am kopf festhalten jetzt hier nein komm genau oh das wird jetzt nicht einfach jawohl jetzt ne schön der Nussknacker hopp 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 überhaupt zu ausstrecken du Arschloch ja so okay jetzt mach ich dir mal assi wie und wie wann kann Rona fallen wenn du keinen Kontakt mehr hast so ja ja okay wenn du keinen Kontakt mehr hast aber ich hab ja Kontakt also ich dachte du hast da keinen Kontakt also ne das ist meiner der keinen Kontakt hat warum hast du nur so Schokos ey die sind bestimmt stärker oder so die sind auch gelenkiger ja ja ist klar untenrum ja sieht man ja ich frage mich gerade wirklich die Leute die diese Spiele entwickeln was geht denen durch den Kopf ist klar so viel Spaß ja besten Dank ich muss mich vereinen komm einfach Volgas komm Volgas hallo ey er war schon richtig ich find's ja echt schade dass der Dödel nicht noch ein Ding hat auch ne Funktion komm am Kopf oder so das macht ja schon so Geräusche bäms okay wo steht deiner bitte mit dem einen Fuß weiß ich auch nicht komm hoch jetzt wird's aber schon knapp von der Zeit her ja bei dir Päms ja du hast den du hast den Start besser drauf als ich warum hält deiner die Beine schön am Körper weil ich dem das sage okay scheiße muss ich mir was einfallen lassen ich hab den Dreh noch nicht raus du hast wohl schon ein bisschen gesuchtet hier das Dödelspiel ha den langen Lachs hab ich gesuchtet nein oha oha 33 Sekunden Krieger 30 ja da kommt noch einer 20 bäms boah das ist ein Athlet oha jetzt hat er schon okay der Ellbogen ist drüber ja scheiße ich wollte das ja jetzt ausgestreckt oh jetzt hab ich mich verknotet ein bisschen hier komm hoch hoch das Ding was ein geiles Spiel Freunde wollt ihr mehr davon schreibt es in die Kommentare schreibt es in die Kommentare nein 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 nicht den oh Gott boah uuuh hoch jetzt aber ja ja oh jetzt oh jetzt jetzt ah so alter das ist ja richtig anstrengend alter dieser Döde ohne Scheiß ich guck da nicht mehr hin ja wenn du spielst wenn du dran bist dann guckst du da nicht drauf aber wenn du auf den Gegner guckst siehst du da nur noch so ein rotes Ding am rum schwingen Commander schwing dein Ding alter ihr müsst das mal ehrlich ausprobieren für 80 Microsoft Points ist das echt also das ist lustig ich find's lustig und das ist wirklich anstrengender und und von der Kombinatorik anspruchsvoller als man denkt so anstrengend dass der Commander nichts mehr sagt ja ist konzentriert schön am Nachs gepackt du wolltest grad sagen das gilt nicht kannst du dir einfach ein Löhres da anpacken naja streck dich du Luder ne Sekunden boah jetzt aber jetzt muss ich Gas geben das schafft er nicht das schafft er nicht ja was ist jetzt los jawohl schaffst du nicht Robert schaffst du nicht komm Ja, da hilft dir da hoch. Ja. Nein. Wenn du das jetzt schaffst, das würde ich nicht schaffen. Guck mal, da springt er schon fast. Boah. Junge. Was ist das? Assi. Mann. Du hässliches Kind. Ui. Ui. Alter. Man muss aber echt sich wirklich konzentrieren. Was bist du so außer Atem? Ja, weil ich bin so auf der Wand. Probiert das mal aus. Das ist wirklich schwierig, das zu erklären. Wie man sich dabei fühlt. Aber man ist so konzentriert. Wie man sich dabei fühlt. Was hast du denn empfunden, Robert? Was meinst du jetzt? Als ich deinen Schokomenschen mit dem roten Tanger gesehen habe, oder? Ja. Eigentlich gar nichts, du. Bäh. Der war gut. A ist locker. X. 15 Sekunden, da sind noch ein paar, ne? Ja, aber jetzt schauen wir. Oh, 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 oh. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Ah, du Sack, Alter. Ja. He, 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 he. Ja, danach fordere ich den Cresino raus. Den Fössl fordere ich heraus. Den Despen fordere ich heraus. Den Puster fordere ich heraus. Puster. Den fordere ich noch raus. Max fordere ich auch raus. Oh, jetzt mach ich es mir zu schwierig hier. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Oh, der ist Scheiß da. X, 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 X Ja, läuft 20 Sekunden Hättest du den oben getroffen, wäre er besser gewesen Nein, nein Fick dich Der hält den gar nicht fest Jawohl Boah, Junge Alter Oh, das kostet Sekunden Das kostet Sekunden Boah Ich glaube, ich glaube, das wird eine neue Serie Ich glaube, das wird eine neue Serie Aber, das hängt von euch ab, glaube ich Das hängt Punkt 1 von Kommentaren ab Und Punkt 2 von Likes ab Und das sagt jetzt mal nicht der Commander, sondern das sagt jetzt mal Robert. Weil wir wissen einfach nicht, was gut ist und was nicht. Und es macht Spaß. Aber das muss ja auch beim Zugucken Spaß machen. Also haut drauf. Ich find's lustig. Ich bin mal gespannt. Oh, ja, am Löris, das wird aber nichts mehr. Zehn Sekunden. Oh, scheiße. Alter. Leck mich. Oh, das kostet Zeit, Robert. Das kostet Zeit. Jetzt voll. Du musst da hoch. Nein, nein, bleib dran. Wird nichts. Wobei wir haben eben schon gesagt, das wird nichts mehr. Dann sind wir noch fünfmal höher gekommen. Eben. Für die Leute, die fragen, wo ich auf der Gamescom sein werde. Über Instagram werde ich ab und zu mal ein Foto posten. Ich werde es nicht über Facebook. Ich werde es auf Facebook auch noch weiter verlinken. unter dem André-Krieger-Kanal. Und auf Instagram werde ich dann... Nein. Alter. Fuh, Jaka. Ja, Start ist gut. Könnt was werden. Du bist echt außer Atem, oder? Ja, weil ich bin so konzentriert, Alter. Ich vergesse, das atmet fast. Oder erregen dich die Figuren? Sowieso. Ich bin höchst erregt. Ich bin, also... Alter. Bei mir schwingt gar nichts mehr. Scheiß, Beine hängen da im Weg. Aber wenn man das so... Ja, und immer an dem Lörr ist, ey. Ja, den habe ich da schön positioniert. Ja. Ja, der nächste... Oh, jetzt hast du aber ein paar Kontaktpunkte da, hä? Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Jawohl! Jawohl! Nein! Nee! Nee! Oh, guck mal, das ist Tatsad. Haha. Hahaha. Guck mal, die haben sich, äh, dein, dein String, haben sie sich, äh, haben sie eingescannt. Komm schon. Muss sich konzentrieren, der Robert, der muss sich konzentrieren. Oh! Nein! Oh, nein! Ja. Das war dann wohl. Jetzt, jetzt weiß ich, was du meintest mit, du kannst auch hinfliegen. Weh weg. Sieh jetzt schon eine Mount-Your-Friend-Meisterschaft vor meinem virtuellen Auge. Nein, welcher? Fuck. Nee, das wird nix mehr. Nein! Einmal noch. Fuck it. Wohl! Und, ähm, schon durch diesen Turm an. Guck mal, wie er da auf dem Schwengel steht. Oh, Mann. Hahaha. Geiles Spiel. Ohne Scheiß. Ich hab's zum ersten Mal gezockt. Richtig lustig. Ohne Witz. Krass. Nicht schlecht. Ja. Wollt's eine Serie werden? Schreibt's in die Kommentare. Gutschuss. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, ey. Tschüss. 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 Tschüss.